Was ist das Arbeitseinkommen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Begriff des Arbeitseinkommens ist für die gesetzliche Rente sehr wichtig. Er kann als Hinzuverdienst auf eine Altersrente hinzugezogen werden oder kann sogar für die neue Einkommensanrechnung der Grundrente mit bewertet werden. Ich gucke hier mal ganz kurz ins Gesetz rein und zwar steht da geschrieben, Arbeitseinkommen ist der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommenssteuerrechts ermittelte Gewinn aus einer selbstständigen Tätigkeit. Also kurz gesagt, Arbeitseinkommen ist nichts anderes als der Gewinn aus einer selbstständigen Tätigkeit. Dazu zählen unter anderem der Gewinn aus einer selbstständigen freiberuflichen Tätigkeit, der Gewinn aus einer selbstständigen gewerblichen Tätigkeit, der Gewinn aus einem Gewerbebetrieb. Keine Arbeitseinkommen sind zum Beispiel Zinserträge aus Geldanlagen. Näheres zum Thema Arbeitseinkommen finden Sie auf unserem Renten-ABC auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.